So, ich guck mal, ob es luxemburgisch beim Übersetzer gibt. Lux... Ja! Hallo, ich... Hallo, ich bin der Ahmet. Hoffentlich haben wir Glück in den Paketen. Man kann es nicht anhören. Moin, ich bin Hamed. Hoffentlich haben wir Glück an den Paketen. Jürgen, bin ich... Oh, Mensch, das ist so nice. Moin, ich bin Hamed. Hoffentlich haben wir Glück an den Paketen. Moin, Glück an den Pak... 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 Pakagen. Weil, äh, richtige Loco-Gang von Luciano. Dafür hat es nicht gereicht, leider. Aber danke trotzdem. Komm, jetzt was Cooles, bitte. Ich will Brasilien ZOM. Oh, Biglia. Okay, dann war es aber das 88 Plus Pack. Das hätte ich mitgenommen. Das wäre sehr lecker für mich gewesen. Nein, hör auf. 288 Plus Pack. Schau mal, Eier. Geht voll viel.